Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchtaktiert Staffel 3 und nach wie vor sieht es so aus, als ob es die Staffel ist, in der wir zumindest mal in die Nähe davon kommen, aber wir haben im Moment eine ziemlich knackige Mission, wir müssen hier eine VIP retten, Churchki, den guten Churchki, der ganz am Anfang durch unglückliche Umstände gefangen genommen wurde, ja, aber vielleicht jetzt nur mit anderen, aber warum, die haben alle schlechtere Chancen, er kann gar nicht, Warte mal, ich komm vielleicht ran, warte mal, wieviel Schaden mach ich? Jetzt kommst du mal ran Ja, also sie hat eigentlich die beste Chance, ihn jetzt gleich weg zu pfeffern Ja, ich hätte halt mit irgendeinem Fechtscanner eingesetzt Können wir natürlich auch Ja, aber ist wahrscheinlich besser erstmal Ja, wir kriegen ja wirklich, wir kriegen ja auch, naja, warte mal, also sie könnte hier Den einfach wegmachen, sie könnte die Deckung wegballern Naja, ich hab halt gehofft, ihn jetzt gleich mit einem auszuschalten Und dann Ja gut, dann schießt halt mit Warum ist denn das jetzt keinerlei Deckung? Das ist normal, weil das zu dünn ist, das ist ein Motorrad zu dünn Also einfach hier zu ihm hin und Ja, der macht lieber mit ihm, ja Aber wieviel Schaden wäre es? Nur mal ganz kurz Sechs bis acht Wie viel hat er noch? Noch ein Sieben hat er, glaube ich Und dann plus die Ender bist du hoch Ja, das heißt, es wäre kein sicherer Klinge Also kann sein, dass eh nochmal jemand ballern muss Naja, oder eigentlich durch die Deckung Guck mal, sie kann nicht das Motorrad gehen Guck mal, das hinterrad, das rechte Nein Da, das muss doch flankiert sein eigentlich Theoretisch Für mich war gut, eh Ja gut So, jetzt hochballern So, dann kann der Rest jetzt schon mal nachrücken Und sie kann ja sowieso Wenn sie ein bisschen weiter hinten ist, ist es nicht so schlimm Genau Also sie kann ja So, jetzt würde ich erstmal mit Lina den Gefechtsscanner einmal werfen Ja So, schön ins Ungekannte da irgendwo Und eins daneben So Gefechtsscanner So Warte mal, das hier ist Kann sie kann das rauswerfen? Könnt sie ja Wollen wir das machen? Können wir? Wenn wir schon mal da drin irgendwie gucken Da ist was Vier Sachen, vier Sachen gescannt Was haben wir noch gescannt? Wir haben einen Shirtgen gescannt Und das ist ein Muton, eine Viper und Noch eine Zwei Vipern Zwei Vipern Zwei Vipern und ein Muton Okay, also das erwartet uns vor Da drin Jetzt zähle Wir können jetzt auch noch einen hier vorwerfen Ja Können jetzt mit dir zweimal werfen eigentlich Hier so Warte mal, ich zoome mal ein bisschen noch mal raus Weiter links Da ist halt mehr Schatten Da irgendwie Würde ich sagen, oder? Ja Ja Okay Also wir können schon mal da an die Seite Ungefährlich hin So, das sind Unzivilisten Okay Also wir können schon mal Weißt du, wir können jetzt schon mal so lang laufen Dass halt immer zu unserer rechten Seite Deckung ist Ja Wenn da halt da vorne nichts ist Aber hier müssten wir noch so Ja, klar Los geht's Forsch voran So Dann Ja, ich auch irgendwie Forsch voran Da so Da Sind jetzt ein bisschen langsamer Kann das sein Seit den Was? Schon entdeckt? Ach, weil da Fensterscheiden sind Also Ich muss sagen Was mir für NXCOM 3 wünsche Ist das mit einberechnet wird Wo die hingucken Weil das finde ich wirklich Die stehen alle mit dem Rücken zu uns Joa, ist uns ehrlich gesagt ziemlich egal So Also hier dürfte ja noch Keine Granate oder so hinkommen Nee Aber wir beide kriegen gleich eine Granate ab Ja Und dann werden die Vibe von uns erledigen Und er kann nicht schießen Aus der Entfernung Kann uns höchstens Hisskutokal schicken Äh, da Wem von uns Ist egal Du hältst ein mehr aus Ich finde auch ehrlich gesagt Dass du wichtiger bist Ranger sind wichtig Aber Spezialisten sind mit am wichtigsten Finde ich Die haben Umgeheile Ja, jetzt kommt Ja, jetzt kommt die Granate Jetzt auf jeden Fall Ja Mann Nee, doch nicht Doch Scheiße Oh Ja Ich hab die Verteidigung Ich hab aber einen Schadenspunkt mehr bekommen Als du Ja, es ist ja nur Verteidigung ist ja hier in dem Sinne Wie hoch die Pfefferschance ist Oh Gott Das ist sogar noch gut Sie haben mich getroffen Das ist sogar noch gut Damit überlebt er Wenn das Vi jetzt einfach nur schießt Bin ich tot Nein, ich bin doch tot Ich glaub, das war mein Auftritt Bei Leute Ja, aber auch hier wieder Ja, das ist jetzt Da war jetzt keine Deckung mehr Hier ist noch ein kompletter Das ist nur das Rohr zum Hochklettern Das ist keine Das gilt nicht als Deckung Ja, aber die Wand da Vor ist ja noch da Das ist noch schon lange Dass die Ends durch Wände durchballern können Einfach Also das war mein Auftritt War schön War kurz Naja Niemand kann jetzt irgendwas treffen Das heißt, du stirbst vielleicht auch noch Ja, ich sterbe Die kriegen ihn ja nicht tot Das kann ich Warum ist denn da Das sich Ach, ist das bescheuert Ich könnte Ja, ich kann aber nicht Eine Granate da hinfeuern Nee Denn du musst jetzt hoffen Dass irgendwer trifft Also er muss jetzt einfach nur mal Sentinem muss jetzt einfach treffen Da Das muss jetzt ein Treffer sein Warum ist denn noch gestreift alles? Was soll denn das? So, jetzt kannst du dich nämlich wieder bewegen Und kannst in Sicherheit springen Ja Hier hinter? Ja Oder von der Seite Genau Ja, von der Seite Was? Und der? Mann, ja Mann Bestätigt! Das gibt's doch nicht Ja Ja Vielleicht schon einer anderen sein besser gewesen Ja So, sie kann nicht schießen Sie kann die Abschusszone machen Oh Und alles, was jetzt glaube ich in diesem Bereich geht Wird getroffen So Noch eins rechts, oder? Nein, andere Noch eins rechts So Die müssen jetzt halt näher ran Was ich auch so doof finde Also was ich eigentlich immer gut fande bei XCOM 1 Dass es halt die Chance gab Dass jemand, der halt ungeschossen wird Wiederbelebt werden kann Ja Vielleicht kommt's ja noch Ich glaube nicht Also wann soll das freigeschaltet werden? Wenn du ein Feld mal Scheiß hast, oder was? Ja, durch irgendeine Technologie Naja, aber Wir konnten in Teil 1 Konnten wir auch Leute wiederbeleben Mit einer gewissen Scheiß Ja, jetzt vor allem wissen wir auch nicht Ob der Mewton nicht vielleicht noch eine hat Sondern bis jetzt immer noch Ich glaube nicht Aber sinnvoll positionieren können wir sie jetzt eigentlich nur in der Nähe von anderen Oh Gott Wahrscheinlich wird er eh gleich mal eine Granate Und macht dann dich und das Auto Da könnte sie hin Ja, aber das ist halt noch eine halbe Deckung Aber gut, sie hat noch volles Leben, ne? Also Also wenn du schickst, sieht er die halbe Deckung dabei in der Laterne, würde ich sagen Da Oh Mann Fünf Schaden, zwei zerschreddert Ja, sie hat die Schredder, das ist ja so geil Ich hab mir gedacht, du wärst jetzt tot Ja Das war knapp Ich werde auch mal heilen können, dich Naja, mit unserem Heiler haben wir geschossen Naja Naja, stimmt So war's ja So, dann leben Das ist schon mal gut Lass uns da stehen, wo wir sind Naja, aber doch zweimal, ne? Vergiftet Das ist ja noch Okay, aber kraftbar Da ist mein Mörder Mörder! Oh, oh Gott, nein! Geschlecht, deiner auch Alter Genau Hast nur einen von uns gedötet Schön Panik, oder was? Nee, vergiftet Nee, das ist genau, ich wollte nur sagen, das ist Panik Ich... 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 Daneben Wie kann man durch Vergift und St... äh... Panik geraten? Ist doch total bescheuert So 61, 62 Ja gut, warte mal, also ihn kriegt... weil... wir erstmal jetzt... Ich bin auf dem Weg Bin auf dem Weg Ich schaffe diese Missionen, dich Jau, natürlich Du kannst die Granate werfen Ja Das Auto kann eh nicht mehr durch die Luft gesprengt werden, aber... Ich meine, du machst zwar eh nur 3 Schaden, weil wir haben noch nie Schaden viel, glaube ich, gemacht in der Granate Ja Das ist jedes Mal so, Granate 3 bis 4, wir haben noch nie 4 Schaden, glaube ich, gemacht mit dem Ding Ja Wer kann noch? Wer ist noch fähig? 100 Spots Da hatten wir 79 auf Nein 45 auf Ja Das wäre halt ein Versuch wert, weil dann würden wir sie nicht verbrauchen Wenn sie jetzt trifft, ist er weg Ja Ja Ich weiß nicht Ja 45 Ich bin einfach auf meine Visage Das heißt, meiner stimmt jetzt Ja Ich weiß nicht, aber warum, wenn sie mich anstellen? Ja 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 gut, jetzt auf ihn oder auf ihn? Das ist jetzt die Frage Ja, wir haben noch eine Splitter-Gandarte Aber mit der kommen wir nicht bis da... Juck Und wenn ich bis da rüber war Nö 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 Wer ist ja noch verfügbar als Gander? Nur aus Sentinel, oder? Sentinel, ja So, er muss heilen Dich heilen Ja Einmal Und er steht hier aus irgendeinem Grund nicht flankiert Ich finde das immer spannend Hm So, einmal eine Grimmon Heilung auf dich Wir müssen die Muton da wegkriegen, sonst rennt der jetzt in die Luft Im Nahkampf und klopft dich um Ja So Das sind deine Chancen so So, wo ist denn die zu? Ja, dann auch noch eine Splitter-Ganate Da reicht aber nicht von der Reichweite, oder? Och, Mann Ja Ja Naja, denn schießen Einer von denen muss es Ja, ich würd's gar nicht probieren Ja, mit ihr schießen, 62% Was ist denn? Du hast es gesehen? Ich glaube, wir sind richtig Stürmtot von oben Wenn's von einer erhöhten Position jemand mit einem Präzisionsgewehr erschießt, dann ist sie im Zukunft nicht komplett vorbei Das heißt, ihr könnt jetzt sogar noch mal Granate werfen und sonst zürgen wird Ja, natürlich nicht Ja So Kann man machen, oder? Ja Also eine volle Deckung weg, man muss sich auf jeden Fall wegbewegen Und drei Schaden passiert So 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 Ich würd's doch mal schießen So 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 Haben sie auf dich abgesehen? Ja, wie schon, ja. Wenn sie mich schon töten, müssen sie auch noch töten. Ah, wir hatten noch einen zweiten Versuch. Wir müssen doch wahrscheinlich vergiften, oder? Wir schießen. Das ist alles, was du machst! BAM! In your face! Volle Schlange! Du willst noch einen? Das ist alles, was du machst! Das ist alles, was du machst! Wir haben gar nicht geraten, gerade durch das Gift! Das könnten wir machen! Kannst du probieren, ja! Das ist alles, was du machst! Ähm, ne! Du musst nicht zusammenreißen! Ja! 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 Dann senden wir jetzt einfach da ans Auto ran und ihn halt flankieren und ballern! Hier ran, ne? Ja! Und dann muss das Viech flankiert sein und draufballern dann! Ja! Du musst jetzt ja immer vorankommen! So! Ich... Was ist denn das jetzt?! Was?! Warum machen wir nur noch Streifschüsse?! Ja! Hm! Nun! Oder ist das jetzt irgendwie so von Spiel so? Naja, sonst war es ja alles, was unter 90% ist, ging ja immer dauerhaft daneben. Es ist gepatcht worden, sodass du nicht ein Streifschuss ist, oder was? Wenn es unter 90% der Wahrscheinlichkeit ist. Ja, gut! Das, äh... Ich hoffe, dass sie mich greift. Ja! Das ist nicht wahr! Sie sind in Bewegung! Halt ihn ab! 2! Gestreift! Ey, das... Ich... Das ist jetzt... Das ist echt... Ja gut, okay! Wer hat ein Medikit? Das ist einfach nicht wahr! Mit dem Schwert daneben gehauen, gestreift... Oh, komm, Mania! Das machst jetzt du! Die Scheiße hast du uns in weiten Teilen eingebrockt! Das machst jetzt du! Geht daneben! 50! Das klang grad wirklich kurz so! Ich hab... Ich hab auf das Spratzen gewartet und es kam einfach nicht! Bloß Spratzen! So! So, jetzt haben wir noch 6 Runden Zeit! Wir müssen jetzt nach vorne, ey! Um da hinzukommen und... So! Puh! Wie ist das Leben jetzt gerade? Ich würde sagen... Er ist ja schon relativ weit vorne! Er sammelt das jetzt hier ein! Und heilt dann nochmal! Mhm! Und die anderen rennen vorwärts! Das ist der Plan! So! Schnapp! Liriumkern, fortschrittliches Zielfernroh! Das ist sehr gut! Und die andere Neu wäre ein langer Weg! Oh ja, das ist der Plan! Und den Heimklang! Wir müssen die Mania damit heilen! Und den Gift! Ist das noch da? Das ist... Oder? Ich glaube das ist nicht mehr da! Warte mal... Ach, ich kann es ja gar nicht mehr... Das sind ich auch... Doch! Du kannst ja anklicken! Einfach dring anklicken! Oh ne, sie ist glaube ich nicht mehr vergiftet! Ne, hat kein Gift mehr! Okay! Okay, ja dann heilen wir mich, ne? Ich weiß nicht, wie viel Leben hast du noch? Ich hab... Sechs. Naja, es heilt halt vier. Und ich hab jetzt drei verloren. Ich muss sagen, lieber jetzt heilen. Ja, als... Ehe ist am Ende wieder... Aber anders, als will man anders noch... Ich würd's glaub ich so machen. Ähm... So. Na, oder der legt erstmal nach. Über noch einen Schuss frei. Ja, gut. Ja, okay. Ja, ich glaub ich steh das auch gerade bei allen mal so ein bisschen nahe gut. Bei mir steht's nicht an. Du hast zwei Schwertiebe gehabt. Mit einem hast du gestriffen, mit den anderen hast du daneben gestrangen. Dann geh ich jetzt erstmal da hin. Ja. Bin schon unterwegs. So. Und dann halt an die Häuser. Da ist es. Da irgendwie... Aber wir schauen ja eh jetzt in diesen Raum rein. Also wir sehen ja... Wir können dann auch eigentlich durch die Fenster gehen, ne? Dass wir da sind, wissen Sie jetzt ja so. Ja, da sind so, 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 so. Von daher. Wir werden es auch so kaputt. Ist das jetzt auch wurscht? So. Granat. Granat. Ja, da vorne. Da. Hier? Ja. Oh. Knack. So. Sprint, 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 sprint. Ups. Sprint, sprint, ups. 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 Sprint. Deck. So. So. Liebe Fitball. Sie kann sich dann auch bewegen, ne? Ja. Einmal nachladen, dann kannst du dich dann nicht mal so weit bewegen, aber sie kann sich auch bewegen. Ich bin bereit. Ach, sie hat auch kostenlos nachladen. Sehr gut. Na dann, an die andere Wand ran. Ja. Und jetzt ist da einer. Hallo. So. Granat. So, der ist da. Sollen wir jetzt noch heilen, oder sollen wir noch warten? Ich meine, gequittet wird er wahrscheinlich nicht. Muton würde ihn quitten. Ja, dann kannst du ihn nur mal heilen. Ja, da hast du natürlich recht. Wenn noch einer verletzt wird, dann... Deswegen, ich würde... Ähm... Na gut, dann... Keine Ahnung. Wir nehmen die eigentlich vor. Deswegen, wir können nicht durchschreien und... Ne, ne, du musst... Es ist von außen rum. Wir müssen... Ach so. Das ist... Wo ist denn der... Wo ist denn der Eingang? Da in dem großen Raum ist der Eingang. Du kommst da schon hin, angeblich. Ja, aber es ist halt dunkel. Da kann was stehen. Da kann was stehen. Ach so, von außen jetzt, oder was? Von außen denn da rein denn? Ach, hier ist die Tür. Hier ist sie. Ach, da ist die Tür. Ah. Ja, natürlich kann ich mich nicht daneben stellen. Aber du kannst dich jetzt erstmal davor stellen und kannst die Tür erstmal öffnen. Tür öffnen kostet ja keine Aktion. Und wenn wir reingucken sehen, da ist was, dann kannst du auch noch in die Deckung gehen. So, jetzt die Tür öffnen. Oh. Hallo? Ja, wird wohl nichts mehr sein. Wird nichts sein. Auch wenn man hier auch alles dumme ist, sieht man nicht. Ja, weil du kannst jetzt erstmal da in die Deckung gehen, direkt neben die Zelle. Dann kannst du Church-Kick schon mal raus holen. Da? Ja. Oder? Verstanden. Oh. Hi, Church-Kick. So. Okay. So, dann müssen wir mich dann... Warte mal, danach müssen wir dann da hin. Da müssen wir... Ei, 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 ei. Oh Gott, das... Und dann haben wir noch vier Runden. Also wir müssen jetzt alle nach vorn ziehen. Also alle jetzt in diesen Raum erstmal rein. Und dann wahrscheinlich über die Tresse... Dann Tür kommt... Hier ist ein Fenster, ne? Anscheinend. Weil sonst würde ich überlegen, ob man sie hier hinbringt. Oder ja, dann so. Also erstmal... Naja, also ich würde sie jetzt nicht offen... Ach, warte mal. Da hin, könnte man so. Ja. Ja. Bitte lasse hier keinen sein. Desenvent, Marie-Cille. Und mit Blau kommen wir in keine sinnvolle Position. Na, oder du gehst erstmal nach rechts. Ach, wo wir ein bisschen nach vorne springen, war. Ich probier's hier. Ne? Ja, okay. Das ist ne Halbe. Das ist ne Halbe. Hm. Ja, oder halt hier ran und durchs Fenster. Ja. So. Jetzt mal da hinten. Got it! Ich lege mit euch Zivilisten. Da hin. Huch. Er spielt aus Dach. Oh Gott. Ja, und er flankiert sich jetzt natürlich volle Möhre. Das wird wehtun. Oh, siebenkritisch. Das kriegt er zurück. Oh, und es steht einer auf dem Dach. Oh nein. Nein. Na, ganz toll. Gut, dass wir die Heilung noch übrig haben. Ja. Das machen wir erstmal gleich, ne? Sie müssen sie heilen. Ja. Sie... Ist das euer Scheiß ernst? Das ist nicht flankiert. Wow. Ich krieg manchmal zu viel von diesem Spiel. Das ist wirklich heftig. Okay, erstmal heilen. Daneben. Wir haben Heilung. Nope. Ja. Kamerat. Geh an den Händen. Das ist doch ein schlechter Witz, ey. Ja, dann würde ich jetzt... Ja, Pistole. Ich würde jetzt erstmal sagen, geh mal ganz kurz zu dir und hol Scherchke schon mal aus dieser Zelle raus. Können wir vielleicht einfach dann versuchen, an dem vorbeizurennen, um erstmal zur Evac-Zone zu kommen. Ich kann die Tür von hier nicht öffnen. Hacken. Du musst hacken. Achso. Ja. Hacken. Das ist mein Spielzeug. Okay. Tschüss. Tschüss. Äh, nee. Moment, es hat keine Nachteile. Okay. Na dann, probieren wir doch das mal. Was soll? Los, 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 los. Ach, schade. Yay, Tümer. So, Church King. Hey, na. So. Wo geht's auch... Willst du ihm die Treppe hoch, bitte? Ist da noch ein Raum oder ist es direkt jetzt da? Ist noch... Noch ein Raum. Ja. Ja. Aus dem... Was ist links? Ganz links? Das ist... Ist eine Tür, okay. Äh, mit dem beiden durch die Tür schon mal Richtung Evac-Zone. Ja, das Problem ist halt, dass dieser scheiß Mac jetzt überall... Hinballern. Und nirgendwo... Also hinballern A und B auch überall wieder runterhüpfen. Ja. Und dann ist er plötzlich... Naja. Ist er sonst so da, ja. Hi. Der ist... Ja. Der ist die Treppe runtergerannt. Oh Gott. Du hast doch zum Glück volle Deckung... Aber er rennt einfach hin und gut ist... Der rennt da rein. Und wir haben dieses kleine Stückchen nicht gesehen. Ach, scheiße. Wir müssen uns erst mal um die jetzt einmal kümmern. Ja, ähm... den kann man möglichst schnell in der Händen kann und den erst mal treffen. Warte mal. Ich überlege gerade, ob es dann nicht sinnvoller wäre. Weil wir flankieren den so oder so nicht. Naja... Man würde den ja tot kriegen mit ihr. Ja. Ja, oder... hier jetzt halt wieder weggehen zu uns, zu den anderen. Verirrt? Mhm. Und ich bin ja auch der Meinung, dass es einfach außen an einem Gebäude rum zur Iwak-Zone. Wir haben nur noch vier Runden. Also ich muss... Das heißt, dass wir ihn weitestgehend ignorieren. Versuchen. Ja, und wenn wir jetzt hier drin... Also es kann jetzt im Moment hier nur katastrophal werden. Ja. Entweder er rennt hierhin und tötet mich oder er rennt hierhin und tötet die VIP. Können wir die VIP schon steuern? Ja. Na gut, das heißt, wir könnten ihn... Du, lass ihn einfach rausrennen. Er kann schon mal raus. Ja, aber... Was ist, wenn da noch was ist? Ja... Hier ist ein riesen schwarzes Gebiet. Ja... Ja... Aber er kann schon da rum. Er kann da hin. schon mal. Vielleicht lenkt es auch den Roboter ab. Oh Gott, oh Gott. Lauf! Lauf, Schirschke! Lauf! So? Da ist, glaube ich, nichts. Ich glaube auch. Ja gut, dann ist unser Plan, dass wir wegrennen. Also mit... Also rennen einerseits und andererseits halt noch ein bisschen die wegscheuchen sozusagen. Also zum Beispiel den können wir noch töten jetzt noch diese Runde. Ja. Also mit ihr halt zum Beispiel schießen. Also sie können zum Beispiel... Wir können ihm natürlich die Deckung kaputt schießen. Und dann hat Lina volle... Aber mit dem Sniper ist sie trotzdem wichtig. Naja, deswegen... Also Lina muss auf jeden Fall da weg. Also sie kann einmal blitzschnelle Hände benutzen. Vielleicht mit Mania einfach raufballern. Normalballern. 60% Chance. Okay, ich muss mit ihr auch einfach rennen sollen. Scheiße. Oder erst mal rennen und dann schießen. Jetzt steht sie da und... Da sind wir noch volle Deckung. So ist es noch nicht... So ein R jetzt halt... Er kann auch noch schießen. Ne? 50%... Ja, wir können es probieren. Ich meine... Ja... Was schadet es uns? Ja... Wenn er umfällt, fällt er um. Oder? Stückt er nicht mal. Aber ja... Ich meine, es steht ja erstmal ganz gut. Mein Schaden tut es uns nicht. Gesser sogar. Ah, und hätten wir sie jetzt stehen lassen, hätten wir so blitzschnelle Hände einfach... Peng. Ja, ich... Warte mal, ich habe jetzt schon eine Hände. So, jetzt... Ja, jetzt ist natürlich der Mech. Der würde ich jetzt umbringen. Hä? Der macht nichts? Der Mech macht nichts. Der will die VIP holen. Der will die VIP holen. Oh Gott. Ja, genau das. Genau das. Deswegen hätten wir rennen sollen. Einfach rennen. Der wäre uns nie hinterher gekommen. So, und jetzt... Feuerschutz. Och, jetzt kommt schon! Manus 1 5, wir haben einen feindlichen Transporter geordnet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Manus 1 5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwistern. Kann man eine Pläne-Eva-Kzone machen? Ne. Fähigkeit nicht verfügbar. Weil die Logik davon ist, dass... Ja, es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Wir können jetzt mit ihr... Wir müssen jetzt da... Wir müssen jetzt hinrennen. Das schafft er nicht. Naja, jetzt diese Runde hin. Achso. Also so weit wie möglich. Weil in der Zunge, wo sie runterkommen, machen sie noch nichts. Problem ist, der Typ da, der hat halt Feuerschutz jetzt, ne? Achso, das heißt jetzt mit irgendwem Auslösen. Erstmal was ist mit dir, ey. Wo ist der blöde Mech? Ja, der ist irgendwo... Wo ist denn der? Der ist rausgerannt und dank der Kamera durften wir es nicht sehen, wohin er gerannt ist. Ja, dann wird er wohl hier... Ja, aber deshalb sind wir auch. Also ich renne jetzt hier hinter diese Laterne. Ja. Wir lösen den Feuerschutz aus. Ich glaube... Ja, mal gucken, ob du damit den Feuerschutz überhaupt auslöst. Vielleicht noch weiter nach oben. Noch weiter... Ja, 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 ja. Daran? Ja. Warum ist... Wie ist... Ja, es ist volle Deckung. Die sind immer volle Deckung. Eigentlich. Ja. Ich glaube, ich stehe da jetzt im Freien, weil... Ja, es ist nur so ein dünnes Schild. Ah, ne, ne. Es ist volle Deckung. Ja, hat es nicht ausgewischt. Das heißt aber, unsere VIP kann auch rennen. Ja. Und wir stehen jetzt da, wo ich mit ihr hinwollte. Nicht dahin. Der Mech kann Granaten dahin. Ja, wir stehen jetzt genau da, wo ich hinwollte mit ihr. Deswegen habe ich gerade überlegt, ob ich das mache. Sag das doch! Ja, aber ich dachte, ich war halt fest überzeugt, ich würde das auslösen. Naja, mhm. Ja, hierhin und hoffen. Ja. Weil von da, glaube ich, könnte es sein, dass wir es nicht schaffen. Ja. Und von da könnte es gerade ganz knapp funktionieren. Wenn die VIP schon mal raus ist, ist es auch schon mal ein Vorteil. Aber wie gesagt, wenn wir uns jetzt neben dich stellen, wo auch immer dieser Mech gerade abgeblieben ist... Ja, der wird von erhöhter Position jetzt gleich auf uns feuern. Ja, wahrscheinlich. Aber dann wird er halt einfach seine Granaten runterschießen und dann ist gut. Das auf jeden Fall irgendwas als Raketenwerfer, aber keine Ahnung was. Also ja, dahin. Das wird die ja wohl schaffen, denn. Was machen wir jetzt in der Feuerung noch? Ja. So. Okay, so. Das ist schon das erste Gefahrenlager jetzt. Oh, sie hat jetzt gerade eine ziemlich... Wie ist es schnelle Hände? Wie viel Schocken wie hoch hat die Chance? Ganz rechts. Nein. Ja. Das ist ein kostenloses Ding, also. Der hat aber noch sein Eines Rüstung. Achso. Naja, aber drei bis vier Schaden. Ich würde es probieren. Ich meine, es kostet ja nichts. Danke. So. So, das ist wohl mal der Typ weg. So, jetzt können wir den anderen halt wirklich... So. So. Also, du kannst nicht mehr heilen, ne? Naja, kann nicht mehr heilen. Ich glaube, ich würde jetzt sogar wieder hinrennen, um da oben dem Mac so viele Ziele wie möglich zu geben, außer der VIP. Ja. Okay, wir retten hier gerade Churchki, muss man dazu sagen. Ja. Der ein Private ist, aber... Wir kriegen ja die ganzen Infos noch. Ah. Ja, aber wie gesagt, wir müssen weiter daran denken, wir müssen in zwei Runden in der Evac-Zone sein. Ja, oder halt erst mal hier hin. Ja, nee. Ich würde schon noch weiter... Ja, dann müssen wir da ran. Ja. Der wird da oben sein, der Mac. Wahrscheinlich. Oder er ist gerade die Treppen wieder hochgelaufen und kommt wieder runter. Ich weiß nicht. Ich verstehe halt nicht, warum wir es nicht sehen. Ja, und warum die Kamera nicht mitgeht. Ja. Das ist halt... Also, das sind alles Sachen, die schlechter sind als in Teil 1. Ja. Ja, mit ihr da, denn da ist noch volle Deckung. Das war zu nah. Das war viel zu nah. Ja. Scheiße. Ja, aber er wird... Also, von oben so frontal... Ich werde sie schießen. Auf ihn. Ah. Aber nein. Die ist schon angeschlagen ums Haus herum. Irgendwo so schön volle Deckung ist, ja. Aber da, falls er doch mit dem Raketenwerfer... Ja. Kann... Ja, das habe ich mir gedacht. Aber wir müssen... Tod. Ja. Ja. Das kann doch nicht sein. Ach, wir hätten doch die Granate feuern können, können wir den Feuerschutz auflösen. Nein. Ach nein, du bist in Panik. Bitte nicht. Okay. Er ist in die nächste Deckung gerannt. Ja, aber wir kriegen ihn da nicht mehr weg. Er ist jetzt in Panik. Alle sind tot. Wir verlieren gerade den gesamten Fünf-Mann-Truck. Und wir haben noch einen Lanzenträger. Komm, der war schon nochmal einfach toll. Wie tut es, wa? Ich sag, wir verlieren jetzt gerade alle Fünf-Männer. Ach, wir hätten doch den Feuerschutz auflösen können mit der Granate. Was ist da hin? Na, zupft er hier wieder runter. Und es macht einfach Quatsch. Adieu. Kritische Sechs hat überlebt. Aber er, hast du den dafür auch nochmal? Feuerschutz. Das ist nicht zufällig, nun. Doch, du hast Rivalitisierung. Wir können dich aus der Panik rausholen. Ja, dann. Ja. Ja, wenn Feuerschutz auflösen können wir die VIP in die Iwak-Zone bringen, aber wir verlieren halt alle. Und mich können wir rausbringen. Mehr wird wohl nicht mehr drin sein. Ja, wir werden unsere beste Sniperin, ne? Vor allem, sie müsste jetzt auf jeden Fall hier hin. So, ja, er schafft's. Ja, da holen wir ihn. Ja, aber da holen wir ein Feuerschutz. Naja. So könnte er es theoretisch... Achso, jetzt kann er es natürlich nicht so weit... Er könnte es auch noch schaffen, wenn er diese Runde überlebt. Ja. Aber ich glaube, Renat ist tot, weil sie müsste jetzt da hin, damit sie es noch nächste Runde schafft, da hin zu latschen. Und die werden dann einfach... Ja, genau, der kommt eh ran. Bzzzt. So, der kommt, der ballert einfach hin. Also flankieren. So, da ist flankiert, der ist flankiert und da ist flankiert. Genau. Also, dass jetzt wirklich da direkt vor der Iwak-Zone nochmal so ein Dreier-Trupp kommt. Wenn das jetzt nicht wäre, dann würden wir es hinkriegen. Warum ist da jetzt noch so ein... Ich verstehe es nicht. 26 Prozent. Das musst du machen. Den Feuerschutz auflösen. Keiner von uns kommt da irgendwie ran. Ja, sie können halt versuchen, ihn noch umzuschießen. Ah, ne. Mach es auch nicht. 43 Prozent. Weil sie kann auch einfach laufen, bis sie aktiviert. Du hast aber halt noch... Du hast auch noch keinen Schattenschritt, ne? Ne. Ja, also ich sag mal so. Das Ding ist halt, sie stirbt. Nina stirbt. Ja. Und dann würde ich jetzt versuchen, sie so weit wie möglich rauslaufen zu lassen, dass der das auslöst. Und dann war es das mit unserer Sniper. Mit unserer Sniper-Queen. Ja, da hin. Da muss er sie auf jeden Fall sehen. Eigentlich. Eigentlich. Ja, da ist es... 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 Ach, jetzt komm schon! Das ist nicht richtig! Also, sorry! Er wurde gerade... Ja, gut. Dann hätten wir es auch mit mir machen können. Ja. Ja, dann holen wir die VIP raus und alle anderen sterben. Ja. 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 Ja, ich bin dann mal weg. VIP secure und in Position frei zurück. Hier ist P-Band. VIP ist in Sicherheit. Können wir jetzt vielleicht mit P noch was holen? Nee, muss die sein. So, schön. Ja. 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 Keine Ahnung. Da hin? Ja, er schafft es so oder so nicht. Wir verlieren alle fünf Mann. Schön. Ja, wir kriegen Scherzki. Wir haben einen neuen Sniper. Ja. Also, es ist nachdem ist noch nicht ganz vorbei. Aber... Aber so ziemlich vorbei. Auf geht's! Auf geht's! Da bin ich. Also, der Roboter hat uns eigentlich wirklich das Ding gebrochen. Weil... Der taucht einfach da irgendwo... Du schaffst das! Skilinski! Gott, ey. Der taucht irgendwo da im Schatten auf. Springt da hoch. Ist auf einmal unter Treppen. Ich überlegen kann, ob die Mission gescheitert ist, wenn alle sterben. Kann sein. Weil sie sind ja alle gestorben. Ja, wer weiß. Ja, und... Jetzt gehen alle auf Feuerschutz. Diese Säcke. Ach, er ist edelwustlos. Ja, natürlich. Er ist edelwustlos. Ey, ihr seid doch... Ich hab's noch am Anfang gesagt. Ich hab's noch am Anfang gesagt. Hey, guck mal, das Schild ist weg. Schön. Die Zeit läuft davon zum Evakuierungsprojekt. Die können ja nichts machen. Die Runde ist einfach... Übersprung jetzt von uns. Der Gegner ist schon wieder dran. Das ringt jetzt an. So. Das war's. Guck mal, ey. Guck mal, ey. Der springt einfach irgendwo wieder rein. Der springt einfach irgendwo wieder lang. Wie ein Feuerschutz geht diese Säcke, ey. Okay. Ich hab eine Chance. Ach nee, das ist ja nur noch eine Runde. Scheiße. Nö, jetzt bist du hier tot. Niemals. Pew, pew, pew. Ich akzeptiere diesen Tod nicht. So, das war's. Ey, wenn jetzt die Mission gescheitert ist. Wir haben unser Ziel erfüllt. Alle Supermagenten sind tot oder werden vermisst. Firebrand Cap zur Basis. Wir haben die Mission erfüllt. Ziel abgeschlossen. Abgeschlossen. Wer tut schlecht? Ey. Vor allem, was mir immer so einfällt. Wir haben Scherczki rausgeholt. Und jetzt ist Skilinski der nächste Gefangene. Das ist einfach nicht wahr. Ey, wir spielen nie wieder mittlere Missionen. Wir spielen nur noch Schwere. Was ist grad schiefgegangen eigentlich alles? Es hat ja schon eigentlich damit angefangen, dass die aktiviert worden sind. Da beim Glasting. So. Dann, dadurch, dass wir nach vorne sprinten mussten, weil es nur noch zwölf Runden Zeit oder wir waren nur noch fünf Runden Zeit, haben wir halt... Was für uns halt für die nächste Staffel, die, wo ich mittlerweile sehr sicher bin, definitiv kommen wird, mal überlegen könnten. Snorri hat ja gesagt, er hat sich in den Mod runtergeladen, wodurch die Rundenanzahl, wo noch mal die Hälfte draufgepackt wird immer. Ja. Dass man einfach... Man ist zwar noch unter Druck, aber hier ist es ja wirklich... Sie zwingen einen manchmal. Zwölf Runden. Und dann sind da irgendwie noch zehn Gegner. Und sie zwingen einen dazu, einfach loszurennen. Also, wie gesagt, wer diese Verstärkung totlich gewesen wäre. Gefangen genommen erst. Skilinski ist jetzt gefangen genommen. Ja, wir haben Mania verloren, wir haben Grauton verloren, wir haben The Run verloren und wir haben am schlimmsten unseren Käpt'n Renard Granat verloren. Ja. Ich finde, wir hatten eine gute Karriere. Wir zwei. Ja. Yay. Guck mal! Scherchki! Weißt du, wie wir das haben? Wir haben jetzt fast nur ein Sniper. Und wir haben die Informationen bekommen. Das war ein Erfolg. Sie müssen Ihre Taktiken überdenken, um weitere Verluste wie diesen zu minimieren. Schnauze. Private Grau Scherchki. Wir haben einen Sniper gerettet. Die haben desorientiert, der nur einen desorientierten Zustand treffen kann. Ja, das war ja das Ding. Alter, wir haben... Oh Gott. Was? Wow. Einfach nur wow. Also der Hammer war ja wirklich, du verfällst in Panik, du wirst realisiert und wird sofort nächste Runde wieder in Panik versetzt. Also das muss ich wirklich sagen, dieses Willenssystem fand ich in Teil 1 um Längen besser. Weil das hier ist einfach nur lächerlich. Das ist ja genauso mit diesem Ding, von wegen durch das Gift verfällt Mania in Panik. Ja. Auch da, es sind so alles so Dinger, wo ich sage, das würde man heutzutage besser hinbekommen. Ja. Wenn es nämlich so wäre, dass sie fast tot ist und dann wird sie vergiftet, dann würde ich sagen, okay, das ist ein Grund in Panik zu verfallen. Ja. Aber so dieses, ja, ich habe jetzt einen Lebenspunkt verloren. Panik. Und jetzt kommt nicht mit diesem, sie war ja erschüttert. Ja, wir verstehen, das erschüttert nicht. Selbst wenn wir erfolgreiche Missionen mit unseren Leuten machen, auch wenn sie mal verwundet werden, sind sie nicht von dieser Erschütterung befreit. Es werden immer mehr erschüttert. Zum Beispiel Mephisto. Der hat bei einer erfolgreichen Mission teilgenommen. Er wurde zwar verwundet. Ja, es stand aber glaube ich auch da. Man muss über erfolgreiche Missionen nennen. Ist doch bescheuert. Ja, wir haben jetzt einen Ranger, einen Spezialist, einen Grenadier. Drei Scharfschützen. Drei Scharfschützen. Ein Grenadier noch in Ausbildung. Er wird Hidin Spezialist. Der Spezialist ist unser Heiler. Wir haben ja gesagt, wir machen weiter bis... Ach, wir haben auch keine Medi-Kids mehr, ne? Stimmt. Unser gesamtes Equipment haben wir jetzt komplett weg. Wir haben keine Gefechtsscanner mehr, wir haben keine Medi-Kids mehr. Ja. Ja, und wir haben kein Geld mehr, um irgendwas zu tun. Ja, das Geld können wir uns ja gleich holen. Da liegen da noch 200 noch was irgendwie rum. Ja. Ja, die wir dann aber sofort wieder ausgeben, um... Na ja, sollten Leute so rekrutieren und so. Unsere gesamten Elite sind alle, einfach alle tot. Erste Mission war absolut Desaster. Zweite Mission erfolgreich geschafft. Und jetzt diese Mission einfach nur katastrophal. Glückwunsch, Niki. Du bist unsere neue... Dranghülse. Top-Braut. Mit Hodor. Hodor ist auch unsere Top-Braut? Ja. Hodor ist ein Braut. Ja. Es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Gut. Wir haben Tschörschki wieder. Das ist... Toll. Ey. Ich glaub, so muss diese Folge verheißen. Wir haben Tschörschki wieder. Das ist toll. Ey. Ey. Ich glaub's einfach nicht. Eigentlich kann man aufhören. Nein, hier kann man aufhören. Also ich muss sagen, ich hab grad einfach keinen Bock mehr. Das ist einfach jetzt gerade... Ey. Klar, wir sind noch nicht aus dem Rennen. Nee, das nicht, aber... Wir können, wenn das Spiel immer nett ist zu uns... Also wir... Das Wiese war jetzt wirklich für diese Mission, dass halt vor der Evac-Zone einfach nochmal eine Dreierverstärkung kommt. Also was mich wirklich nervt, ich bin der Meinung, dass es in XCOM 1 so war, dass wenn du die Aliens gesehen hast, ist die Kamera mitgegangen damit, was sie tun. Ja. Und hier ist jetzt so, die Kamera bleibt einfach da. Wir sehen... Halt... Lautes Central. Der... Der Mac rennt irgendwo hin. Wir wissen nicht wo. Ja. Und die Kamera zeigt uns einfach nichts, auch von Gegnern, die wir sehen. Ja. Um durchzuhalten. Also zumindest bei Teil 1 war es so, dass die Kamera immer an dem geheftet war, der sich bewegt hat. Ja. Man hat immer gesehen, was ja normalerweise auch so ist, ne? Auch bei Teil 2. Eigentlich, bis jetzt, war es meistens so, dass die Kamera auf den fixiert war, der sich bewegt. Ja. Aber bei dem Mac war so, ja, der Mac bewegt dich an deinen Soldaten raus, äh, vorbei und ist dann verschwunden. Du darfst nicht erfahren, wohin er gegangen ist. Ich war jetzt auch wieder so, ja, wir haben Fehler gemacht mit Mania, wirklich in dem Moment, wo sie gestorben ist. Da dachte ich auch, ja, lieber Sprengung, dann ist sein Feuerschutz weg. Sie hätte es wahrscheinlich nicht mehr geschafft, aber zumindest hätte sie dafür gesorgt, dass wir da sicher durchkommen. Und, ja, und wären gefangen genommen und man hätte sie irgendwann retten können. Wir sehen ja, wie das läuft. Ja, das wäre echt der Hammer, dass jetzt dieser Lanzenträger, sein, die erste Aktion des Lanzenträgers ist, bewusstlos. Sofort Sklinski bewusstlos machen. Weil ja klar, insgesamt konnte man sagen, immerhin nur 4 tot und einer ist nur gefangen genommen. Es ist einfach gerade, ey. Wird doch nicht irgendwas auf der Weltkarte aktiviert deswegen jetzt? Irgendwas Neues? Ja, wir müssen auf jeden Fall das... Ja, die müssen wir jetzt nehmen. Ey, 7 Tage scannen, dann kriegen wir Informationen. Nicht jetzt. Ja gut. Was ist denn der Vorrat da unten? Natürlich da unten. Naja, wir müssen da jetzt halt hin und da hin. Wir werden zuerst das hier drüber machen, oder? Ja, hoffen wir. Der Ranger berechnet neuen Kurs. Ja, es kommt bald ein Vergeltungsschlag. Es kommt... Neues Labor kommt bald. Ja, neues Labor kommt bald, denn eine Woche darauf kommt Vergeltungsschlag. Und wir haben gerade all unsere Profis verloren. Wir haben gerade unsere, eigentlich mit unsere Besten. Also die Einzelnen, die jetzt noch gut sind, sind Hoda und Niki. Die anderen sind halt alle noch in der Ausbildung sozusagen. Das heißt, wir haben noch eine gute Heilerin und wir haben noch einen guten Ranger. Ja, und mit Mephisto einen halbwegs guten Grenadier, der aber auch erschüttert ist, genau wie Niki. Und dadurch bei jedem Pups im Panik gerät. Sofort im Panik. Panik ist halt auch wirklich so dieses, ja, sie geben einem mit Revitalisierung. Geben sie einem was, um das auszugleichen. Wenn aber die scheiß Spezialisten auch alle erschüttert sind. Und Panik ist halt wirklich so, das hat früher schon genervt, war aber irgendwie noch vertretbar, weil es ab und zu mal passiert ist. Jetzt geht eine Runde rum und drei Leute rennen in Panik genau den Aliens vor die Nasen. Ja, in der Falle bei Teil 1 war es wirklich so, du hattest deinen erhöhten, du hast deinen Willen-Dings und wusstest halt so, okay, bei Willen so unter 50 ist schlecht. Hier hast du gar nicht höher als 50. Du kommst ja über, der Wille steigt viel zu gering. Früher war es so, dass der Wille halt jedenfalls gut hochgegangen ist. Jetzt ist es so, wow, du kriegst einen mehr Willen. Du musst halt viel mehr, wollen sie, dass du auf diese Gadgets setzt und so. Auf diesen... Gedankenschild. So und ja, aber du kannst halt auch nicht alles auf einmal machen. Sicherlich mit jedem Mal, dass man es durchspielt, wird man genauer wissen, okay, dann und dann sollte ich das und das haben. Aber was halt, ich meine ja, es simuliert halt auch irgendwo einen Krieg. Aber was halt wirklich krass ist, dass wir jetzt mittlerweile 12 Leute hatten oder so, es jetzt bis auf eine Mission gut lief. Und dann kommt diese eine zerstörerische Mission und das war's. Naja, also wie gesagt, es ist auch nicht komplett verloren, so ist es nicht. Ne, wir machen ja nur weiter, bis wir zerschmettert sind, aber ich muss sagen, jetzt bin ich halt wieder an dem Punkt, wo ich davon ausgehe, dass wir zerschmettert werden. Ja, nach der letzten Mission war es doch so, geil, okay, damit haben wir die zwei Verluste, Icreen und Konzo, gut überstanden. Und jetzt ist aber halt, ja ja, wir haben gerade zwar einen Scherzki rausgeholt, aber haben einfach mal unsere 5 Mega-Leute. Vor allem das Ding ist halt wirklich dabei, man kann halt diese Mission nicht selber nochmal evakuieren. Das heißt also, man ist dann halt, ja, gefangen und im Arsch. Das ist so bescheuert. Ganz ehrlich, ich würde sagen, wir installieren jetzt schon die Mod. Das wäre jetzt halt wirklich für die nächste Folge, dass wir halt schon die Mod installieren, mit den erhöhten Rundenzeit, weil es ist abartig. Naja, wir überlegen mal und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, euer Gauton. Ihr wollt mal, noch ganz kurz, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also, ich meine, ja, wir haben Fehler gemacht, aber ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass unsere Fehler so katastrophal waren, dass es verdient jetzt war, dass wir einfach so komplett vernichtet werden. Und, und, das ist einfach, was sollen wir denn machen? Naja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was wir jetzt machen sollen. Sollen wir jetzt gleich ein neues Season starten, sollen wir das jetzt noch weitermachen? Keine Ahnung, bin grad... Gut, bis zum nächsten Mal, euer Gauton. Und euer Gauton. Ciao.